Die Untätigkeit dieser Regierung ist ehrlich gesagt ein bisschen erschreckend, weil jeder kennt die Bilder aus den Weltmeeren. Die Aktion ist natürlich eine symbolische Aktion. Uns steht das Plastik bis zum Halms. Bis 2050 haben wir mehr Plastik im Meer als Plankton in Fische. Also das ist ein Thema, das ist so viel brisanter als alles, was da dringend gerade besprochen wird. Ich wundere mich ein bisschen über die Prioritäten dieser Regierung. Die Aktion. Er wurde wieder aufklange. Vielen Dank.